Willkommen zu Dead Island 2 Wir haben nur einen Schuss an das Kommt und möchtet mich hinter den Bleachern auf Hollywood Boulevard Schmerzige Gesicht Okay, danke, tschüss Das ist ja auch nicht spannend Wir zeigen euch aber zumindest jetzt noch alle Nebenaufgaben Die wir so freischalten und finden Und die nicht verbuggt sind Ähm Und ja, eventuell dann auch noch die Suchmeldungsquests Aber mit Guides Weil wir uns jetzt nicht selber zusammensuchen wollen Ja Oder mal gucken Wahrscheinlich erst mal ein anderes Focadap-Projekt Fangen wir jetzt an Focadap-Projekt Äh, bis dann halt Sie ist komm Äh, gute Frage Lass du einfach gleich sie machen, oder? Sie ist gleich in die Ecke Jo Die Lady Joa, hier ist jetzt, äh Folge der Heal abgehoben Ach, der ist Ach, der ist Hey, hey, hey Bestie Hell yeah, you came This is working out as perfect as can be You can go and ballas if you think I'm playing a lot Enough, enough Wait, wait Hear me out Sure I've been edgy and dangerous in the past But I swear this is safe There's all these cameras set up for the awards, right? If we get those online We get live footage of the whole street Hands free You're talking about a remote feet Scoupling distance But you'd best not need any more rescue That means you're cool with it, right? Then let's fucking go! Oh, but I still need to actually turn the cameras on first Guess I have to endanger myself just one last time Hi, Mom Dial down the dramatics, you silly Bjor I'll handle this Knew I could count on you I'll stick up here Got some final boring technical stuff to set up before I launch this reality show TJYL Genau, because you're also the co-techniker Hmm Haha, we are so doing this! You gotta come out here to the street Found two big names you just have to meet I can't believe I've fallen for this again Haha, you mad? Only way we're getting off the street now is if you get over here and fight our way out We will have words, Amanda Stiles We will have words, Amanda Stiles We will have words, Amanda Stiles Hrrr 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 Hr Hrrrrrr We will have words, Lord Six Hold it down L build down L build down L build down L.O.S.A.S.A.S.A.S.A.S.E.D. So, die macht hier Red Verstehe ich ja, was denn der Quest hier Gezweck, die macht so Red Carpet, weißt du Zombie Carpet Scheiße, still Ich bin irgendwie gestorben Ich muss gemerkt, wir haben uns dann am Ende nochmal, aber okay Vielen Dank People are dead and more will die if we don't break the internet with brutal celebrity slaughter Amanda, I know it sounds like a great idea, but believe me, it ain't It's way more dangerous over here on the Romeros stage See you soon Romeros Wo weißt du eigentlich, dass die genau hier auftauchen Oh gosh It's burning Amanda, I'm immune But it's just her They don't turn me Like, yeah, duh I have literal videos of you shrugging off bites No shit, you're immune Congrats, BT-Dub Amanda What are you planning? You have no idea, how far I'll go Muss erraten Especially with survivors inside the Hollywood Mall there Hashtag can't hint No You leave other people out of this Wow He really thinks so little of me, don't ya Well, this is it No turning back Let's become the faces of this outbreak together They say you die twice Like these two famous morons Some of you have to hear zombies, but Just kill them already You die again when no one remembers you 15 minutes of fame isn't enough I want to live forever I want to live forever I want to live forever Forever young Do the real world is taught forever Forever And ever And ever Oh, no, no Okay Sorry Sorry Ich fack ihn in den Hals Scheiss Die Westen hier Scheiss Die Mitch ist wie mit der Das ist tatsächlich mal online, die macht es eigentlich sonst Naaaah, okay Oh nein, das ist so ein Post-Idee, der kein Post-Idee ist, das wäre ja auch ein normal-Koch-Koch. Haha, nur ein Idiot. Ja, auch mit Blitz zu schreien, das ist unfair. Bitte, mach das dran. Voll aufs Maul, du blödes Vieh. Es ist zu warm. Ja, denke ich mir aber jetzt auch, das ist zu fucking much. Haha. Also, es ist schon... also... Schießbaum wird sofort weggeschleuert. Ich kann auch gehypt bevor ich umgefallen bin, wie kann ich denn noch tot sein? Wo bist du, Mom? Ich hab sogar noch Leben angeblich als Spieße gerade, weil da hab ich gerade verarscht auf jeden Fall. Hör doch mal auf, dein Gerippe da zu spritzen. Hör doch mal auf, dein Gerippe da zu spritzen. Hör doch mal auf, dein Gerippe da zu spritzen. Hör doch mal auf, dein Gerippe da zu spritzen. Du bist ja auch auf, dein Gerippe da zu spritzen. Ich bin ja auch auf, dein Gerippe da zu spritzen. Oh, da ist er. Ciao. Endlich. Dummer Futter. Wie konntest du von hier sehen, dass sie eine Note gedroppt hat? Keine Ahnung, weil wahrscheinlich eigentlich hier gegen sie kämpfen sollten. Ich werde das für dich irgendwie rauskriegen. Schade, bravige Mädchen. Dein Arbeit wird nicht in Waste. Ihr wisst, wie ich diese grossen Vlogs liebe liebe. Aber dieses ist keine falsche Entschuldigung. Das ist real. Das ist ein BITE. Jetzt in L.A., da ist ein Ausbruch von Zombies. Keine Ahnung. Als ich versucht, die Bilder zu zeigen, hat mich gefangen. Ich fühle mich schon aus. Also habe ich entschieden. Für dieses Video, werde ich euch zeigen, was kommt. Das ist doch alles. Ich werde mich kennen. Wenn der Algoritum versucht, es zu schützen, das unter dem RUG, ist nicht losz. Sieh mir in einen. Sieh mir ohne Sprachen zu machen. Ich habe keine Fragen zu machen, nur dass ich... Sorry, dass ich nicht sehen, deine Reaktion zu machen. Das ist richtig, Armada. Legtig, alles zu viel. Ich werde dir das ... Wachst, nachdem du die F's in Chat nachher. Du hast ein Job zu machen. Make me FAMOUS. Ich muss einfach ein Wort für eine Freundin zu sagen, Ich muss erst einmal ein Messer auf einen Freund zu geben. Ich hoffe, dass sie in Zeit kommen, oder heutes Video wird grimmig sein. Oh. Und Mom? Vielleicht nicht das, okay? Ich liebe dich. So viel. Okay. Ich bin bereit. Hey, Bestie! Es ist deine Frau, Amanda Stiles. Ich versuche, das ist die letzte Mal. Hm. Ich würde fünf Sekunden vorher gepissen, bevor sie uns gesprochen hat, ey. So ein paar Minuten. Schon hart. Aber sie jetzt halt auch uns kiert. Wärts auch da geblieben, wo wir sie gelassen hätten. Wir wären zu normalem Leben. Kommst du zu her? Ja. Das Beste. Woah! Wie kamst du aus Monarch Studios? Teleport! Oh. Oh. Hey. Ja. Body snatchers didn't make things easy. But we're here. And I'm happy to see you. Are you here to aid Captain Vixen in reclaiming Planet Hollywood? Haha. Jeez. Sorry. That was lame. Don't stall now, son. Keep with it. Ahem. And where, brave cadet, is your Captain Vixen? She ordered me to stay here and guard the post while she did something at the Chinese theater. Alone. I'm just... It's like I'm just useless. Do you think she trusts me? I mean, I'm wearing frickin' cardboard armor. You may be wearing cardboard armor, but I'm wearing sunglasses. So stay here and I'll rescue our good Captain. Thanks. I'm sorry I can't be more help. Maybe I should help her too. No. No. I can't. I have my orders. If I don't guard the base, who will spend off the body snatchers? Haha. Lass doch mal stehen. Hm. 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 Haa. Ah. Hahaha. It really is a small world. What the hell are you doing out here? Sebastian has the same question for you. I think he's feeling ever so slightly abandoned for being dead weight. Oh, Sebastian. He's already doing more than enough. In fact, he gave me this idea. I didn't want to put him in danger again, though I admit I could use an extra pair of hands right now. Well, my manicure's been ruined for days, so I might as well. Monarch Studios was shipping marketing gear for the awards via the Metro, including a logo filter meant for one of these big spotlights. As far as I can tell, it got to the station, but no one collected it. Missing the spotlight that much? How will this stop a zombie? It's not about stopping them. It's about gathering survivors. Maybe even some of my Space Fox castmates. Strengthen numbers. Now be careful. There's rumors of zombies down there, if you can believe it. Oh no, I didn't see the Metro. Captain Vixen's intelligence was good. There are indeed zombies here. We'd be out there. We're out there of times. We're out there of horribles. We're out there of a dark ground. You have to wait for some marion. There's a dangerous out there. We're out there, we'll fight them while we're not back. We're in charge of the Whoa Naval. So let's fight them. This is not an additional power to your enemy. We'll fight them now. We'll fight them. I'm not a friend. I don't think the other one of them. We're in charge of the enemy. Ich fahre wo die Sinnen jetzt. Wie machen wir da die scheiß Tanchenlampe an? Warte, springen, wenn es gehen würde. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte? Toll just hold on a little longer I might be able to do something about those shutters Ah! Die Schutters sind weg! Das sollte die Blum-Extras stoppen. Das reicht doch auch irgendwann mal! Wo kommt das her? Liegt hier über uns irgendein Helikopter, der die ganze Zeit Brand- und Elektrobomben auf uns schmeißt? Nice, die Zombies! Hehehe! 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 Was ist das? Die Sonnenstrahlung! Das ist auf dem Fall, Max-Bug. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Holy shit, it's over. We're all clear. Get that filter on the spotlight so we can get the hell out of here. It's lit, fam. Very good, Captain. You're thinking big. Sebastian's fanboying gave me the idea. In this one episode, the crew is stranded, and Vixen rigs up a signal out of some scrap. Hopefully, any other survivors nearby will have a beacon to follow. Calling the tribe? It's like this some-pocalyptic sci-fi story is right in itself. Going solo would make some things easier, but others harder. And staying on the run creates its own problems. Besides, here, now, feels like a Captain Vixen is needed. Especially for people like Sebastian. He finds it hard to be alone. I gotta finish up, but let him know I'll be back soon. I've worried him enough. Sure thing. Keep shooting from the hip, Captain. I'll be back soon. I'll be back soon. I'll be back soon. Alright. I'll be back soon. Alright. Das war ein paar Explosionen. Wo ist Frau Shepard? Ist sie okay? Sie ist großartig. Sie hat die Fischung auf die Idee für eine Spass-Fox-Beacon jetzt. Huh? Meine Idee? Was? Sie wird die Hände über sie, wenn sie zurückkommt. Aber ich kann dir jetzt sagen, sie ist glücklich, dass sie an ihre Team-Mate sind. Sie ist die coolste! Und so are Sie! Oh, Sie müssen Sie etwas geben, als Dank für all die Hilfe. Das wahre Legendär! Okay. Okay. Lekker der Ruffer. Du hast etwas in deinem Kopf? Okay. Lass mal nach, wenn du es nicht sporten. Moment. Wenizel. Wo? Es ist Venedig. Hä? Wenizel ist Venedig. Wenis. Es war egal, dass es selber war. Ich habe gerade nichts verstanden. Ne, ist es Venedig, was du meinst, glaube ich. Ich lebe kurz davon. Hey, willkommen zurück. Wenizel. Ja. Ich habe ein kleines Re-Jig von meinen Prioritäten gehabt. Also, nein, ich habe noch nicht verlassen. Ein Klub. Die Mischung. 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 Das ist gut. Ich weiß nicht, dass wir immer rauskommen. Ich glaube, es ist gut. Ich weiß nicht, ob ich es gut ist. Ich weiß es nicht, es ist ein Virus, es ist wie... Gen. Food! Klorin. Antibiotic Beef. Es ist alles drin. Das ist nicht wirklich das Infectious Bit, Sunshine. Aber ich bin auf dem Markt für diese Gunk. Ich glaube, ich weiß, wo du die gute Sachen kriegst. Ja, das ist ja. Das ist ja, das ZOMBIE, das ist ja. Du musst in die Strongest Man-Komp. Die Rohde-Soak-Douche-Bags werden dann in der Gunk mines. Das ist ein Fortunter, aber genauer, Phrasing. Ja. Und wie die Sewer Outfall? Es hat sich schon eine Toxik-Waste in den Jahren. Ich meine, es muss keine schlechte Türkei kooken in diesem Oven sein. Oh, die besten Vennys, bruv. Ich zeige ihn und bringe dir etwas aus dem Giftshop. Ja! Ja, du siehst ihn, oder? GM-Foods, Mann. America, nicht ein Sprache. Das ist Spaß, Roger. Ja. Trent, du verbringst all die Zombie-Parten, wie ich auch gefragt habe? Nichts. Ja. Sie hat sich immer auf Gehen. Nichts. Gehen. Cheg. Echt? Ja. 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 Ein Ding. Oh, 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 oh! Ähm. Ach, ich bin gerade fast gestorben, mit dem komischen Effekt, den ich nicht gesehen habe. Was soll denn das? Alles gut? Gute Arsch. Gute Verarscht. Da waren wir, exempliert alles. Ganz ruhig, es ist warm. Es ist nicht gut, wenn es nicht aufregt. Was soll ich denn hier machen? Wie soll ich denn hier durchkommen? Ich bin vorbei, alles gut. Hab schon. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt wieder durchkommen soll, aber egal. Nimm das Feuernschwert! So. Es sind hier nur 500 Meter. Sonst. Alles klar. Auf hab ich wieder runter. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich würd so gerne einfach von der Map aus schnell reisen, ne? Dann könnt wir das einfach hin schnell reisen, fertig. Gibt's genau bei dem Turm. Naja, geht aber nur auf bestimmte Karten. Weil, ja, warum auch nicht? Warum auch die Spiele einfacher machen, weil man es nicht mehr machen kann. Stärksten Zombies der Welt. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Nein, das ist. Ich kann das mal. Hier kommen die Medik. Ich konnte ihn siehre zu unterhalten. Es ist nicht mehr von der世界en. Ich weiß es, dass er die ganze Zeit nicht mehr ist. Es sei denn. Als letztes Jahr, ich hab die einzige Zak. Ich habe die Barbelung in. All right, ich soll mal zurück. Mither ist er sich gegenseitig, Jesus. Er ist mehr. Meist. Ich liebe dich. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Jetzt haben wir sich altfangen können, nein. Ich bin großartig, ich bin großartig, ich bin großartig. Ein klassischer Ying-Yang-Fight. Ich bin großartig. Das bringt nichts. Ja, das ist richtig. Ich verstehe nicht wieder bei der Action hier. Too much dead bodies. So, jetzt zum Trent. Alexander Arnold. Was ist der Arnold? Ben Alexander Arnold, hab ich gesagt. Ach so, der, ja. Wer ist das? Fußballer. War der? Ja. Englische Nationalmannschaft, da kenn ich den. Why are you running? Nee. So, die werden ja schon mal auf, oder? Egal, was oder so. Keine Ahnung, warum wir die nochmal aufmachen können. Die place is finished. Jetzt sind wir da. Haha. Ich geh. Und dann? Ich bin großartig. Ich bin großartig. Und das? Ja? Ich wusste es all along. Du musst dich natürlich sein. Nein, G.M. Food für mich. Ich bin mostly vegan. Kannst du mit einer Boiled Blast-Gland und Hollandaise-Sauce? Ja, jeder hat ihre Grenzen. Ja, Workbench ist da, wenn du es brauchst. Kai wird sich, wenn jemand ZOMBIE-LUNGS wiederkommt. Ja. Ja. Keine Ahnung. Wenn wir die ZOMBIE-LUNGS wiederkommt, müssen wir beginnen mit den ZOMBIE-LUNGS zu machen. Oh nein, du wirst nicht. Das ist noch eine Reste. Kai, arbeite mit mir hier. Wir müssen uns herausfinden, wie wir gegen die Z-Z-Z-Z. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.